Ich hätte nie gedacht, dass ich den Weg wirklich mal so gehen werde. Ich habe mal ursprünglich eine Ausbildung gemacht und dann das Abitur draufgesetzt. Damals hätte ich mir im Traum nicht denken können, dass ich heute mal hier an der Hochschule bin und studiere. Wir haben hier einfach eine tolle Atmosphäre. Insgesamt, das ist einfach eine runde Sache hier. Ich bin der Carsten und studiere seit drei Jahren in Strukturmanagement hier. Ich heiße Sarah, bin 22 Jahre alt und studiere hier an der HFT in Stuttgart Architektur. Besonders toll sind hier die Labore. Da haben wir zum einen das Materiallabor hier und auch das Lichtlabor. Da kann man immer den aktuellen Sonnenstamm simulieren. Das Studium ist natürlich super praxisnah, weil wir viele Exkursionen machen und sowas ist einfach toll. Wir haben eine tolle Atmosphäre hier. Sehr familiär, direkter Kontakt mit den Professoren. Die Lage der Hochschule ist super zentral. Ich habe kurze Wege, bin direkt in der Innenstadt, habe aber auch den Park vor der Haustür. Und hat auch mir das Ankommen hier in Stuttgart sehr erleichtert. Also der Zusammenhalt ist hier natürlich einfach super. Man kann sich bei großen Projekten auf die Professoren und auch auf die anderen Mitstudenten verlassen. Und das macht natürlich mega Spaß.